Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wellheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich bin hier noch mal schnell in die alte Basis gereist, nur um zu gucken, ob wir genügend Materialien besitzen, damit wir unser Bronze-Faustschild, Bronze-Denere-Faustschild, wie auch immer, auf Stufe 2 bringen können. Und ja, es passt, wir brauchen bloß noch zwei Zinnen und wir hatten aber auch noch genau zwei Erze. Ich muss mal gucken, was hier als erstes rauskommt. Wir lassen das mal fix brodeln und dann können wir das gleich auf Stufe 2 upgraden, haben das erledigt und sind wirklich ideal vorbereitet. Ihr seid alle noch am Fressen, jetzt steht ihr aber so nah beieinander, dass ich euch nicht zählen kann. Wir hauen uns mal schnell ins Bett, in der Zeit kann das da drüben ja brutzeln. Wenn wir Holz hätten, könnten wir das sehr gut erledigen. Die Kisten habe ich alle leer gemacht, verdammt. Bauhammer habe ich auch nicht einstecken, sonst hätte ich einfach mal so eine Kiste ganz schnell zertrümmert. Dann müssen wir hier noch mal gucken, aber ich glaube fast. Naja, wir nehmen den Bauhammer mit und machen so eine Kiste kaputt. Das reicht ja vollkommen aus. Oder so eine Fackel. Wie viel Holz gab es da? Zwei Stück. Passt. Man kann das da drüben nämlich in Ruhe weiter brodeln. Wir müssen hier nicht groß warten. Feuer springt sogar an. Das Spiel ist tatsächlich mal auf unserer Seite. Es freut mich. Ihr hört es im Hintergrund. Da wird einfach nur im schnellen Zeitraffer der Sound eingespielt, dass das da drüben alles fertig gebrutzelt ist. Ey, was willst denn du hier? Verpiss dich. Haben wir einfach mal einen Berserker vorbei. Gibt es ja wohl nicht. So, steck es ein. Wir haben genügend Zinn. Einfach mal, er kommt nicht wieder. Lässt meine Schweinchen in Ruhe. Klang aber gerade so, als würde er gleich zurückkommen. Wir können davon drei Stück wieder wegpacken. Wir brauchen nämlich nur fünf. Und wir brauchen unbedingt zehn davon. Werden gleich überladen sein. Das war klar. Und dann packen wir mal schnell die Kohle noch hier rein. Dann geht es an die Werkbank. Ein Holz brauchen wir noch. Ich habe noch ein Holz. Ach, fünf Bronze. Entschuldigung. Müssen natürlich erst mal Bronze draus machen. So. Und dann können wir hier. Ah, wir können auch die Rüstung alle höher leveln. Aber es macht halt bloß das Bewegungstempo. Ne, es macht es noch langsamer. Wie viel haben wir jetzt aktuell? Brustpanzer? Bewegungstempo minus fünf. Ich sehe gerade keine Verbesserung. Rüstung. Na gut, Rüstung zehn statt acht. Ja. Naja. So, Faustschild. Stufe zwei. Yay. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Das passt. Ich weiß nicht, das Schwert kostet vier Bronze noch. Nicht jetzt. Es dauert alles zu lang. Wir möchten jetzt wieder zurück. Wir sind komplett ausgerüstet mit allem, was wir brauchen. Ich möchte noch ganz schnell Schweine zählen. Eins, zwei. Kleines. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Also es wird mehr. Sterben tun sie anscheinend nicht. Oder die produzieren immer schneller nach, als sie sterben. Kann auch sein. Ich hoffe einfach mal nicht, dass die irgendwann einen Hungertod erleiden. Ja, die sind halt echt jeden Tag aufs Neue sind die wieder hungrig. Dann sind das gleich mal 13, 14 Himbeeren. So schnell kann ich gar nicht sammeln. Ich glaube, wir müssen die wirklich nur füttern, wenn die sich vermehren sollen. So, wir sind ausgerüstet. Wir haben leider nur noch ein Würstchen. Aber auch das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Wir haben den Schlüssel einstecken. Wir haben alles andere. Wir haben genügend Pfeile. Gut, also auf geht's. Ah, ich mach die Hacke noch ganz schnell neu. Entschuldigung. Wenn die uns dann kaputt geht beim Eisenschrott sammeln, wäre natürlich richtig ärgerlich. Und Rüstung muss da auch gleich mal erneuert werden. Da kann man natürlich einen Rüstungspunkt weniger durch den Trollleder umhangen. Den ich sicher in der Kiste verstaut habe. Aber naja. Müssen wir jetzt nicht nochmal rausholen. Jetzt gleich mal noch den Eiktür-Skill holen können. Wenn wir einmal in der alten Basis waren. Aber naja. Honig geht schon wieder leer. Würstchen würde ich jetzt noch nicht reinpacken wollen. Ah, wir können uns mal eine Karottensuppe für reinpacken. Halt warten, wie viel Ausdauer das ausmacht. Liegen überall noch Bäume rum. Nicht wundern. Ich habe in der Zeit, wo ich außerhalb des Videos hier Holz gesammelt habe, einfach... Also ich mache mal den uralten Skill aktiv und kloppe erstmal alles runter. Dass ich die Zeit wirklich nur komplett mit Zerkloppen nutze. Und sobald er vorbei ist, sammle ich es dann halt ein und bringe es zurück. So nutzt man das halt einfach am besten aus. Was ist denn hier los? Eine ganze Hirschfamilie. Ihr dürft heute weiterleben. Seid froh. Sei denn, ich krieg dich. Aber ich glaube nicht. Deswegen liegen hier noch so ein paar Baumstämme rum. Die ich dann irgendwann später mal einsammle, wenn wir wieder Holz benötigen. Und das wird früher oder später definitiv passieren. So, wir waren immer da hinten. Wegen dem Clibber hier wollten wir mal gucken. Lasst uns das mal fix einsammeln. Ach, da unten wartet ein Droger. Zwei sogar. Der ist irgendwie... Der sieht komisch aus. Jetzt hat er die Giftpfeile genommen. Ein Pfeil? Mit so einem Giftpfeil? Really? Okay. Wie viel macht er nochmal? 26? 22? 22? Nimmt sich eigentlich nicht viel. Dann lag es wahrscheinlich doch daran, dass wir die erwischt haben. Also wir kriegen ja immer erst mal so einen kritischen Treffer, wenn die uns noch nicht entdeckt haben. So, ich höre schon wieder was. Da drüben, ein Schleim. Die halten irgendwie ein bisschen mehr aus, ne? Kommt gleich der Nächste. Ach, lasst mich doch in Ruhe. Ich muss sagen, die Sümpfe sind mir echt ein bisschen unheimlich. Der dunkle Wald war schon, hm, aber war noch einigermaßen okay, aber die... Die Sümpfe hier... Das ist nochmal ein anderes Kaliber. Da hinten rennt auch noch irgendwas rum. Dort sind alle Skelette. Wann sind denn so viele Skelette da drüben? Ich wollte eigentlich schon mal in Ruhe hier nach dem Glibber gucken. Wir müssen mal... Ach, wir haben kein Holz, ne? Mist. Ne, dann können wir jetzt nicht nach Glibber gucken. Oder wir zerklopfen mal schnell das Ding hier. Nicht mit den Händen. Hä? Ich hab doch die 4 gedrückt. Jetzt. Sag mal. Jetzt. Entschuldigung. Hab mich ein bisschen doof angestellt. Kommt auch ab und zu mal vor. Ach, Blutegel. Oder Schlundegel. Drei Stück gleich. Das sind wirklich die größten... Pisser, die es hier gibt im Spiel. Zumindest aktuell. Mal gucken, was noch kommt. Da kommt der nächste Tworger gleich angerannt. Aber wir können eigentlich gleich mal probieren, ob wir ihn jetzt komplett blocken können. Wenn er nicht komisch wieder wegrennen würde. Naja, wir müssen uns jetzt erstmal um die Schlundegel kümmern, weil ich hab keine Lust, dass wir hier auf dem Baum oben klettern und die uns mit ihrem Zeug voll spucken. Irgendwie hauen die auch alle ab. Weiß nicht so genau, was mit denen los ist. So, jetzt kommt der Tworger wieder. Komm mal her, schlag mich mal. Ich würde gerne mal wissen, ob wir jetzt komplett blocken. Eins hat es bloß abgezogen. Können wir die perfekt blocken? Ja, geht auch. Cool. Wir haben endlich eine ordentliche Chance. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das mit den Elite-Typen noch ist. Das waren doch noch nicht alle Schlundegel. Im Leben nicht. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Das war doch sonst nicht so schlimm. Ah, ich hab zu spät geblockt. War ein bisschen doof. Ist jetzt mal wieder gut. Ah, kommt wieder ein Skelett an. Ja, komm. Noch eins. Noch zwei. Die wollen uns hier echt nicht in Ruhe lassen, hab ich das Gefühl. So, ist jetzt gut. Darf ich mal ganz kurz nach dem Glibber gucken? Vielen Dank. Vielleicht mögen die das nicht. Vielleicht ist das auch irgendwie den ihr Zeug, was die nicht abgeben wollen. Wir brauchen natürlich eine Werkbank. Die braucht zehn Holz. Das sind alles uralte Bäume. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da normales Holz rauskriegen. Aber aus der Tanne kriegen wir, glaube ich, normales Holz. Ach, in die nächsten Skelette. Und da oben kommen wieder welche. Was ist denn los? Sind wir irgendwie zu einem schlechten Zeitpunkt hier? Oh. Bin ich froh, dass wir die Mürchensuppe geg... Ach, ja. Wir die Mürchensuppe gegessen haben. Ah, cool. Wir können die auch perfekt blocken. Wir sind bestimmt schon wieder inventartisch und fast voll hier. Sind noch nicht mal am Sumpf angekommen. Mann, Mann, Mann. Ne, nicht uralter Baum, sondern die Tanne wollte ich hauen. Ja, das gibt normales Holz. Gibt hier schon wieder was? Ne. Sankt gerade so. Wir nehmen jetzt erstmal nur das hier unten mit, was so einigermaßen in Reichweite ist. Die Werkbank können wir ja hier stehen lassen. Und spawnen hier zumindest auch keine Gegner mehr. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Wir machen uns einfach den kompletten Sumpf mit Werkbänken voll. Und haben nie wieder irgendwo einen Kampf. Hier war doch schon wieder irgendwas... Leimiges. Ah. Wir probieren es jetzt mal schnell. Einmal... Hier so ran. Einmal hier. Weiß ich gar nicht. Geht das mit der Hacke ab? Äh, mit der Axt meinte ich. Ja, ein Clibber. Standeisenfackel grün. Grünes Banner. Und das war's. Ah, wie gesagt. Wir brauchen das, glaube ich, für den... Für den Bogen oder für irgendwas Wichtiges. Gut. Ah, Schlundis. Keine Schlundis. Müssen wir mal schauen. Wir waren ja immer hier hinten in dem Dings drin. Da war schon wieder Droger. Und da hinten war jetzt die nächste. Mal, was ist denn hier los heute? Ist das alles Zinn? Ne. Das ist ein normales Stein, ne? Ich laufe jetzt hier mal ein bisschen außen rum. Entweder sind wir wütend, weil wir die erste... Den ersten Dungeon geleert haben. Oder wir sind einfach wirklich an einem sehr, sehr schlechten Zeitpunkt hier. So, das Ding haben wir leer gemacht. Und da war immer irgendwo da hinten. Ich glaube, dort, ne? Da ist noch eins. Müssen wir mal gucken. Nixenschwanz geht langsam leer. Ich glaube, da hinten ist es. Bitte keine Schlundegel. Bitte keine Schlundegel. Oh, wir haben auch kaum noch Ausdauer, ne? Vielleicht doch nicht so schlau hier einfach ins Wasser zu springen. Ich höre schon wieder irgendwas. Und auf jeden Fall nicht allein. Guck mal, da kommt noch einer. Wahnsinn, das ist ja alles voll mit Dungeons hier. Was ist denn das? Schleimmasse. Auch noch nicht gesehen. Den müssen wir aber uns mal schnell holen. Gucken, was der verliert. Neuer Gegner muss natürlich erstmal erlegt werden. Ach du Scheiße, er hält ja viel aus. Der Pfeil hat gesessen. Das ist, glaube ich, schon so eine kleine Vorstufe auf dem Knochenwanst. So viel wie der aushält. So, ist gut jetzt. Ach, da kommen zwei Schleimlinge raus. Na klar. Und hier wartet noch ein Schlundi auf uns. Mann, Mann, Mann. Ach, ich weiß nicht, ob wir einfach mit Nahkampf rangehen, aber dann kommt er wieder mit seiner Giftscheiße. Oh, zwei gleich. Ah, jetzt sind wir vergiftet. Das war klar. Jetzt ist die Frage wieder, wie heftig ist das Gift? Hört das Gift vielleicht auf, wenn wir... Was hat denn der fallen lassen? Normalen Schlamm bloß. Wenn wir schnell da reingehen. Scheiße. Scheiße. Guckt euch an, was wir für Hit gerade kriegen. Schnell. Würstchen rein. Bitte, Gift hör auf. Ja. Nochmal dürfen wir uns nicht erwischen lassen. So, komm. Krypten auf und runter hier. Jetzt erstmal kurz hinsetzen. Aber hier läuft schon wieder irgendwas durchs Wasser. Wir werden bestimmt gleich überrascht. Müssen rausrennen. Schleimling wartet auf uns. Und wir sind völlig im Eimer. Wir müssen uns definitiv mäht des Giftwiderstands. Ich hab's vergessen. Wir hatten uns das schon gebraut. Wir müssen das unbedingt mitnehmen. Also, wir werden hier einmal von so einem Schleimling getroffen und der rippt uns fast das komplette Leben raus. Das kann so nicht bleiben. Wir sind leider auch gar nicht ausgeruht. Das hab ich wohl im Getränke vergessen. Aber die Lebensregeneration lässt echt... Lässt echt, ähm... Was wollte ich sagen? Zu wünschen übrig. Entschuldigung. Hier sieht's erstmal gut aus. Ich glaub, da drüben geht's nicht weiter. Also könnte es nur links sein. Ja, komm, mach nur einmal Leben mehr, ja. So, hier sieht's gut aus. Hier geht's tatsächlich nicht weiter. Ah, ich glaub, die sind dahinter. Oder hier dahinter. Auf jeden Fall irgendwo dahinter. Hier sieht's auch aus. Also, wir sind erstmal safe. Das ist cool. Was haben wir hier? Uralte Rinde. Streitachs. Signalfeuer. Okay, cool. Und Inventar eigentlich schon wieder voll. Können wir direkt wieder gehen. Erstmal leer machen. Gut. Wir fangen mal hier mit an. Also, es gibt auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge Dungeons. Und eigentlich auch in jedem Dungeon ganz gut was an Eisen. Also, denke ich mal, wir könnten das Eisen eventuell doch schneller zusammen haben. Als ich erstmal dachte, ist hier hinter ruhig. Sieht erstmal gut aus. Zumindest kommt erstmal keiner angerannt und wir sind lebensstechnisch schon wieder fast voll. Das ist okay. Haben wir alles eingesammelt? Hier ist noch ein kleines Stückchen. Hier ist noch was. Das treffen wir nicht mehr. Doch. Ah, das treffen wir nicht mehr. Wie viel gab es denn? Vier Eisen. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Ich gucke erstmal ganz kurz, ob hier wirklich alles ruhig ist. Aber es sieht auch gut aus. Aber hey, ein relativ großer Dungeon und relativ viele Trotthaufen auch. Dann könnten wir doch das erste Teil unserer Eisenrüstung schon fast zusammen haben. Geht das hier noch so so viel weiter? Ja, ne? Das ist relativ viel Schrott. Ich kann es halt Angst, dass auf einmal so eine Elite-Troger hinter uns steht. Weiß auch nicht, woher das kommt. Ich glaube, hier dahinter lebt was. Obwohl das ehemals war hier mit den Sounds in den Krypten komisch ist. Sammelt das jetzt nicht mehr auf, weil wir voll sind, oder? Gelber Pilz. Gewichtstechnisch geht es ja eigentlich noch. Irgendwie hier noch was kaputt. Wir kommen ja halt nicht mehr groß weiter, ne? Hier ist jetzt Schluss. Hier haben wir noch ein Stück Schrotthaufen. Eisenschrott gab es. Cool. Ich glaube, das war... Na, hier haben wir noch ein kleines Stück. Ne, wir treffen nicht. Immer noch nicht. Jetzt treffen wir. War aber nichts weiter. Und hier ist noch so eine kleine Ecke, aber die... Doch, die haben wir auch noch getroffen. Okay. Gut. Haben wir? Wie viele haben wir? Wir stehen bei sieben Eisen. Und verwitterte Knochen gab es auch noch. Ach, hier können wir... Ne, schwimmen möchte ich erstmal nicht. Dann gucken wir doch nochmal hier vorne weiter. Das machen wir dann zum Schluss. Was hier schön ist? Leuchtet das bloß? Ja. Okay. Hier wird auch geschwommen. Würde gerne erstmal alles mitnehmen, was wir so ganz normal wegkriegen. weil unsere Hacke hält auch gar nicht mehr so lange durch. Inventar ist auch so gut wie voll. Das heißt, den kompletten Dungeon werden wir jetzt eh nicht schaffen mit einem Rutsch. Also nehmen wir jetzt erstmal hier noch so viel mit, an das wir einfach rankommen. Aber auch hier dahinter sehe ich erstmal nichts. Es ist mir irgendwie zu ruhig, um wahr zu sein. Ich höre Gegner, aber es könnte natürlich sein, dass die hier dahinter sind. Ist halt rein von den Sounds her wirklich schwierig einzuschätzen. Ich glaube fast, wir haben Glück. Cool, dann guckt mal, hier sind noch viel, viel mehr Schrotthaufen. Hier ist noch einer. Ne, hier ist keiner, Entschuldigung. Hier ist aber noch einer. Wahnsinn, also es gibt ja echt eine ganze Menge hier. Lass uns das mal noch abbauen. Tja, und wenn ich dann schon sehe, dass wir direkt schon wieder den nächsten Dungeon entdeckt haben, der einfach nur ein kleines Stück weiter hinten stand, dann können wir uns ja wirklich bald mit Eisen bewerfen. Das ist cool. Wie viel haben wir denn? Zehn Eisen haben wir. Lebt hier jemand? Ich sehe zumindest erst mal nichts. Aber hier kam fast gar kein Eisen raus, ne? Naja, gut, zwölf, doch, geht schon. Jetzt habe ich Gegner gehört. Naja, gut, wir machen hier an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Aber wir haben den geilen Dungeon entdeckt. Ich glaube, hier wird noch eine ganze Menge Eisen für uns rausspringen. Mal gucken, ob man das Spiel hier beenden kann, weil ich mache jetzt erstmal Schluss mit Zocken. Ich hoffe doch sehr, dass wir es hier beenden können und auch wieder hier rauskommen. Aber hey, wir haben es geschafft. Wir haben das Bronzeschild auf Stufe 2. Wir haben zwölf von den coolen Eisenschrott gesammelt. Und wir haben auch schon das erste Glibber bekommen. Morgen 17 Uhr, ne, morgen 19 Uhr, Entschuldigung, geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut. Und... ... Untertitelung des ZDF, 2020